willkommen zurück leute ja es geht zur route 30 ich will jetzt ein paar kämpfe machen oder ist auch schon der erste ja wow safcon mal kein hut hut alles klar mach dich kaputt junge oh jetzt geht es ja richtig schnell hier alles klar und das ding ist weg 41 ep punkte so der ist ein pokéball oder was auch immer das darstellen soll naja klar dass der pokéball ein trank ist ja ok danke für die info hallo taubsee hallo taubsee hey es kann doch nicht sein dass es wirklich die normale geschwindigkeit ist oder hey du ich hasse ist wenn ich zuvor ja so alles klar und wie du sprichst ihn jetzt noch mal an gut so ich will ihn ja müssen leveln hier noch mal ein taubsee warum ist das alles so fast forward hier na ich verstehe es nicht du arsch nix jetzt hier weg mit dir jetzt ok weiter geht es äh taste welche ach genau das ist ja so da kommt es ja nicht hin aber das haus hier was gibt es denn im haus hallo typ ja jetzt kann ich apricocos ernten fuck you haha apricaner geil hey danke es lohnt sich also wirklich in diese scheißhäuser mal rein zu gucken naja warte da kann ich gleich mal die hier abernten okay alles klar apricocobox jay habe ich aber auch keine bock zu schauen was das genau ist kampf mal sehen und raupi das problem ist ich weiß nie ob die dinger selten sind und ich keine ahnung von dem spiel habe du scheiße jahre 9 ich war lange noch nur 10 hallo gegen gift alles klar hey bitch oh man jetzt läuft halt so weit hier oh ja verstehe ah der wichser der blockiert doch da oben den weg oder eh turbotreter kann man nicht sagen turbotreter sind immer an lol bist du ein freundlicher arsch haha haha okay 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 so So viel AP habe ich nicht mehr bei der Attacke, ne? Boah, das haut ganz schön rein, das Viech. Alles klar. Naja. Woher ich in die nächste Stadt? Wow, was ist das denn hier? Aprikokobaum. Ja, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Was ist das für eine grüne Scheiße? Äh, für eine pinke Scheiße. Hm. PNK. Ich kann es kein I schreiben. Nein, das weiß ich doch. Nein. Erzähl doch nichts. Echt, der trägt keine Früchte. Wäre euch das aufgefallen? Na, ihr wisst nicht, wie er das erkannt hat. Hallo. Ja. Genau. Mhm. Was machst du? Okay. Rätsel-Ei. Mhm. Ist das sowas wie Kreuzworträtsel? Nur halt im Pokémon-Stil. Mhm. Wurde ich jetzt geheilt? Schild der da ist noch eine halbe Stunde rüber. Ist so nicht so, als hätte ich schon den Ruf, ey. Ich spiele das Spiel seit 10 Minuten. Ich habe vielleicht zwei wilde Monster gekillt. Ich hätte sicher keinen Ruf. Du bist da super. Ich habe bestimmt. ... Wenn ihr weiter auf die Erg Только ist nicht mehr. Das ist das neiste will. Und da ist Pokedex. pokedex alles klar das ist mal wieder aufzulabern ich bin ja dankbar aber dafür würde ich mir jetzt trotzdem ein langes gelaber einziehen weiter geht's nach unten jetzt hier die tür ja hallo lind ja was denn ja ja was denn ja toll ich muss jetzt zurückkommen ich habe keine lust habe das ist früh gewollt je kampf dp heißt das raupie ok das ist scheinlich selten zu sein sollte ich jetzt schon zweimal sie übertrieben stelle mucke ja ich bin fast gar nichts mehr dp naja ich lasse einfach mal hier wieder zurück sprinten loin so da kann ich natürlich nicht runter springen 2 den erfahrern muss natürlich an der tag gekommen mal sehen was kommt denn jetzt hier raubt sie na gut das können wir noch schnell fertig machen war ja total übertrieben stelle mucke weg mit dir ja irgendwie bringt es kaum was noch ich renne jetzt hier lieber gestellt zu dr lind wo seller city das ist doch der pokeshop oder wer ist denn der hier habe ich ach ich scheiß drauf ich werde es einfach kaufen ach manche nicht mal ein pokéball kaufen arsch verkaufen nein ich will auch nichts kaufen verpiste ich jetzt von mir ja tschüss nee komm ich nicht hin mich so hey oh du bist jetzt reicht's mir was zur hölle wer ist das oh Gott das Viecher ich bin nicht kalt kaputt juggel was ist du denn ey mach dich kaputt ey du bist so schwach kaputt mach ich dich ja und boom bitch so geht das glut ja glut ja was sagst du jetzt nein ich will es dich wissen ja das hat man gerade gemerkt du trottel oh man so ein penner der hat immer gar keinen plan also irgendwie war das ne ganz viele lusche naja egal ja entspannte musik oh scheiß bäume unnötig einfach nur bling oh nein das soll ich jetzt bestimmt töten taubsi level 2 wow ich hab Angst glut bam oh bam das haut rein ey leck mich am Arsch wo ist nichts mehr hier so gut dass mich jetzt nicht doch mehr nervt hey du wer bist du tja hast du aber nicht hm so hallo 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 diebstahl diebstahl ja bestimmt ich bin der täter hm ja hm hm bitch äh wo soll ich das wissen was haha ich hab gar nichts eingegeben ich schreibe mal vor mir ja hier ok also das ist auch komisch naja red ich mal mit lind wo soll ich ein pokemon klauen wenn ich das schon ins hab aber mich wundert es nicht dass er das blaue geklaut hat ich wäre schon ein gras pokemon hehehe so so ja naja du 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 being Okay. Oh, dann ist ja alles schön. Erstmal, wie aufzulabern. Lass mich raten, du zeichnest mir jetzt auf der Karte ein oder so. Okay. Oh, Junge. Ich spreche ja auch noch mit meiner Mutter, aber vorher gibt es einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Jetzt müssen wir ein sim messer. Vielen Dank.